Bei einem Treffen mit Edwin Feuner, dem Gründer der amerikanischen Heritage Stiftung, am Nachmittag begrüßt der Präsidentin Tsai die sich stetig vertiefenden Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und die geteilten demokratischen Werte. Taiwan sei nicht nur einer der stabilsten demokratischen Verbündeten der USA, sondern auch ein verlässlicher Handelspartner. Sie verwies dabei auf die Großinvestitionen durch die famosa Petrochemie-Gruppe und der Firma Honhai, die beide Investitionen von je etwa 10 Milliarden US-Dollar in den USA tätigen. Ferner kann man überein, Flüssiggas aus den USA im Wert von 25 Milliarden US-Dollar zu beziehen. Taiwan erweise sich damit nicht nur als verlässlichster demokratischer Partner, sondern auch als verlässlichster Handelspartner.